Hallihallo Hallöchen und willkommen zurück zu Fable Anniversary und ich zögere nicht lange, ich sage direkt was ich gemacht habe. Ich habe zwei Screenshots gemacht, wo ich einmal den Troll, das Troll-Icon und das Fisch-Icon rausschneiden werde. Und jetzt hier eine Dämon-Tür, die übrigens Hits heißt. So, jetzt haben wir einen Rubin gespart. Wozu, wozu, weißt du? Ihr habt mich gefunden. Na, großartig. Wenn ihr mich finden könnt, könnt ihr es auch. Ich hätte niemals versuchen sollen, die Fokuspunkte zu studieren. Aber woher sollte ich wissen, dass Jack auch an ihnen interessiert war? Ja, Messer Jack. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber ihr könnt mein Notizbuch lesen, wenn ihr möchtet. Ich will es nicht mehr. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss weiter. Es ist hier nicht mehr sicher für mich. Und das dank euch. Quest abgeschlossen. Sucht den Archäologen. Der sollte sich immer bei Messer Jack bedanken. Und Messer Jack, den werden wir noch früher oder später kennenlernen. Jetzt haben wir schon zwei Kettenpanzer-Sachen. Hey. Ähm. Wieso liegen unsere Trophäen hier? Oh. Bücher. Tätowierung. Bücher. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Noch sechs Stück. Aber dass hier noch eine Kiste ist, das, ähm... Ach, stimmt. Ja, ja. Aber wieso sind unsere Trophäen hier? Und ist das wirklich der Räuberpass? Diese Scheibe da? Diese Scheibe da ist der Räuberpass? Alter, ist das Ding riesig. Da läuft eine Ratte rum. Das Ding ist aber echt riesig, ey. Holy crap. Nun denn. Wir haben einen Archäologen gefunden. Ah, schon wieder das Video. Ah, Mann. Mann. Ich glaube, ich sollte mal ein paar verkaufen davon, ne? Ich mach die Kisten jetzt mal nicht kaputt, weil es lohnt sich nicht. Oh, schön. Da, der Ausgang ist, äh, versperrt. Hm. Boah, ich hab irgendwie ein Filmsitat im Kopf. Der Weg ist versperrt. Nur die... Bla, bla, blubli, bla. Keine Ahnung. So, was hat Mace heute uns was? Weißt du, das Schwert im Stein. Ein legendäres Schwert im Stein. Wenn wir das rausziehen kriegen, war... Bekanntheitsbelohnung 100. Das ist traurig. Äh. Wollte Mace nicht irgendwas von uns? Ich hab da nicht zugehört, ehrlich gesagt. Wir können uns ja eh hier wieder teleportieren hin. Wie geht man in die Heldengilde? Und schauen. Während des Ladescreens bin ich mal so asozial. Und guck mal, ob die Uploads von den... Von den Fable-Folgen 9 und 11 fast fertig sind. Ja, fast fertig. Nebenbei lade ich nämlich die letzten drei Folgen der letzten Aufnahmerunde hoch. Die, die in HD geraten sind. Also, Folge 8 bis 11 habe ich jetzt... Lade ich gerade hoch. Wie gesagt, 6 bis 11 hatten ja den Fehler, dass ich in HD statt Full HD aufgenommen habe. Weißer Belverine. Beschützt das Volk von Not Hold It Late vor dem weißen Belverine. Wir können dann natürlich eine Großtat übernehmen, tatsächlich. Könnten wir. Ob wir es machen sollten, weiß ich nicht. Die Großtat ist eben als... Keine Ahnung, wir dürfen nicht ein letztes Mal getroffen werden. Wir dürfen keinen Schaden kassieren. Bla. Sowas halt. Komm, wir nehmen das hier. Alter, wir sind pleite. Wir sind so ziemlich pleite. Wir können natürlich nichts mehr anderes kaufen. Wir sparen jetzt. Ich finde, Körperbau... Alter, wir sind eine ganz schöne Kante geworden, muss ich sagen. Eine richtige Kante. Wir geben uns jetzt die Kante. Gritwood, Witchwood. Hier. Ich weiß nicht, welche Attribute man nochmal brauchte, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Wir versuchen es jetzt nochmal, weil wir eh gleich nochmal dran vorbeikommen. Früher war es eben halt so, man konnte nur bis Stufe 5 vom Körperbau haben. Früher ging es gar nicht, tatsächlich. Deswegen vermute ich mal, dass es jetzt vielleicht... dass man trotzdem noch Stufe 5 fort... Genau, hört auf zu jammern. Ich stehe vor dir, deswegen siehst du mich auch mal, Freund. Wir müssen noch ordentlich kämpfen, hier. Wow. Da war die Kamera gerade nicht, mein Freund. Ey. Mann, dass da... Manchmal die Tasten nicht richtig reagieren, ne? Ich drücke... Knussbündchen. Ich drücke Ausweichen. Der Typ weicht nicht aus. Erstmal kriegt Cassidy den Schlag. Weil gut, wir können gut einstecken, tatsächlich. Warte mal. Wir nehmen mal das Schild hier. Wollen wir mal ausprobieren. So hier. Komm, schlag mich mal, Freund. Okay, der Kante, die Pläkate geht also nicht runter. Alles klar. Oh, Mann. Oh. Hab ich nicht gekippt oder hat er sich hingekelt? Spielt im Endeffekt keine Rolle. Na los. So. Wir werden hier eine Dämonentür noch irgendwann öffnen. Gar kein Thema. Dauert halt. Und ich weiß, dass ich ziemlich viel darauf rumreite. Ich will aber diese dämmlichen Dämonentüren alle öffnen. Zumindest soweit es geht. Es ist in dem Endeffekt scheißegal, was drin ist. Ich will alle silberne Truhen öffnen und alle Dämonentüren. Das ist leider kacke. Das können wir aber allerdings später eigentlich ganz gut machen, denke ich mal. Oh, die laufen jetzt Wachen rum. Cool. Äh. Bitte kommt und helft meiner Frau. Ein Wolverine hat sie angegriffen. Rasch. Sie ist da unten. Folgt mir. Oh ja, klar. Unbedingt. Oh ja, klar. Unbedingt. Da ist, äh. Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Deswegen bin ich auch jetzt einfach weitergelaufen. Und, äh. Ja. Hm. Ach komm, schade drauf. Das sind Erfahrungspunkte, die können wir gebrauchen. Wir kommen halt von der anderen Seite und überraschen die. Du, 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 du. Bitte seid gnädig. War klar. Komm her. Was sind das? Das sind viele. Ich glaube, abatmen, dass ich genug Mana habe. Oh, die Wachen helfen mir. Sehr gut. Oh, ich bin der rote Hall. Nein, nicht die Wachen angreifen hier. Ich werde so Zeit, dass man die Köpfe abschlagen kann. Na, na, willst du noch mehr aufs Mal, lieber Freund? Scheiße, ein kleines Mädchen hier. Weißt du das? Äh. So. Ist ganz praktisch tatsächlich. Das Schild. Das Schild. Aber früher konnte man die doch auf... Warte mal. Früher konnte man die auf Y und sowas drehen. Ich guck mal eben kurz. Wenn man Schuhe hinten im Hintergrund knarzt. Okay, guck mal, ich weiß nicht. Okay, die... Das Bild, da verstört mich gerade irgendwie dezent. Äh. Ich würde sagen, man mal, ähm... Körperlich das Schild zuordnen. Ah. Nehmen wir dann dahin. Berserker. Dahin. Weiterer Rückstoß. Dahin. Schlachtangriff. Dahin. Attentäterangriff. Dahin. Und den Blitz, den wir sonst so viel benutzen, tun wir dann dahin. Allerdings, wir müssen mal kurz das gucken. Und zwar zuordnen. Drücke Y oder X. Nein, das funktioniert nicht. Man hat die damals anders zuordnen können tatsächlich. Sehr, sehr merkwürdig. Und Ausrüstung vielleicht? Ne. Werte vielleicht? Man konnte hier auf jeden Fall irgendwie zuordnen, aber ich weiß nicht mehr wie. Oh, das ist ein nices Bild. Das ist irgendwie blöd. Ja, falsch dachte. Man konnte hier damals auf Y und sowas zuordnen, aber... Ja, es... Ja, gut. Das ist irgendwie blöd gemacht tatsächlich. Aber gut. Sie haben mich gezwungen, euch auszudricksen. Ich konnte gar nichts tun. Mhm. Aber danke, dass ihr mir die Gunsten des Zweifels gewährt. Hier, nehmt das für eure Großzügigkeit. Boah, Alter. Wir haben jetzt mindestens fünf Stück davon jetzt verschwendet. Wir können nur neun Stück tragen. Ich guck mal kurz, das Tränke. Neun Stück. Jede Wiederbedingungsfiole, die wir kriegen, ist unnütz. Wir können nur neun Stück insgesamt tragen. Moment kurz. Ah, kurz das Handy vom Ladekabel abgesteckt. Okay. Ich will allerdings das nur mit dem Schwert hier nochmal kurz versuchen. Ich glaub zwar nicht. Ich glaub nicht, dass es funktioniert, aber hey. Ich seh, dass er alles gibt, was er hat. Nämlich, er hat nichts. So. Es muss 20 Jahre ausruhen. Gut, darf ich jetzt? Ich schaff's eh nicht. Von daher. Macht jetzt keiner der Unterschied. Ich drück die Daumen. Mal sehen, wie gut der Held ist. Pech, oh Held. Vielleicht nächstes Mal. Er hat's im Rücken. Alles klar. Ihr solltet etwas trainieren und Fleisch auf die Knochen. Äh, ich glaub, man muss Zähigkeit, Gesundheit und alles auf der höchsten Stufe haben. Tatsächlich. Ich kann es jetzt erhöht haben. Bin immer nicht sicher. Das werden wir im Laufe der Geschichte herausfinden. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist... Ich hab's vergessen. Scheiße, ja. Ich hab's vergessen. Ich wollte doch irgendwas gesagt haben, aber ich hab's alles ganz vergessen. Ja, läuft. Läuft. So, hier sind ein Händler. Du nicht. Du bist einfach nur ein Opfer deiner selbst. Wir können uns glücklich hören. Kafft Max das Schnäuze, okay. War hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaub, hier war nix. So, hier war ich zum Beispiel auch noch nicht in der Remastered Version. Deswegen guck ich eben halt, ob mich gewisse Dinge an damals erinnern. Zum Orientieren halt. Kettenpanzer, machen wir schon. Plattenbuchstück. Glänzendes Plattenbuchstück. Uh. Nein, uns fehlen die Schuhe und die Hose noch. Den Rest haben wir. Verkaufen wir mal. Ja, wir können hier was verkaufen, auch tatsächlich. Hier können wir das verkaufen. Hier haben wir viel Erkunftsverlust. Könnte ich scheiß drauf. So, äh. Hat der einen Bogen. Besseren Bogen als wir. Ja, den aber. Können wir das nicht leisten. Aber ist nicht schlimm. Ach genau, was ich noch machen könnte ist. Und zwar. Ich, ich. Ich kann mir das Hühnchen nicht verkaufen. Na toll. Schale-Robe, oh mein Gott. Okay, wir haben. Da. Das sind. Weil diese Grafikfehler, ne? Die nerven gerade ein bisschen. Hallo? Was mache ich denn hier? So, wir haben das glänzende Plattenbuchstück-Oberteil. Und glänzende Plattenfechthandschuhe. Und glänzende. Okay, der, die Rüstung hat tatsächlich gar keinen Helm. Das heißt, Hose und Schuhe fehlen uns noch. Die werden wir wahrscheinlich später in dem, in dem Dorf hier kriegen. So, vielleicht hast du die restlichen Sachen. Ich hoffe, ich kann dir was unterbreiten. Ach ja. Ach, endlich. Wir sind ja nicht in den Hühnchen. So. Da können wir lang und da lang. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Ist das der Weg zur Arena? Ich meine, das wäre der Weg zur Arena. Zur Arena. Wow. Okay. Alles klar. Die Arena werden wir später so oder so betreten müssen, weil es eine Hauptquestreihe ist. So, wir kümmern uns aber jetzt erstmal um das, was wir vor uns haben. Da konnte man auch angeln, nachdem wir diese Kiste geöffnet haben. Und wenn wir dann gleich später noch die glänzenden Plattenbruchstück-Rüstung haben, dann können wir die eine Dämonentür da im Piratenlager öffnen. Äh, Piratenlager. Im Räuberlager öffnen. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. So, nach und nach werde ich die Sachen, äh, schon vorbereiten. Ich will jetzt natürlich nicht stupide jetzt einfach der Story folgen, tatsächlich. Deswegen werde ich zwischendurch auch ein bisschen abseits der Questsreihe, also der Questsreihen machen. Äh, was machen und so. Ist ja wohl klar. Weil stupide Story folgen ist ja echt langweilig. Alles werde ich natürlich nicht machen. Manches vergesse ich halt einfach. Passiert. Aber das Wichtigste werde ich machen. Ich habe jetzt ein silberner Schlüssel. Nein. Nun sind wir jetzt gerade mal das Elixier. So, jetzt haben wir gleich viel. Können wir da noch irgendwas? Wie sieht's so nach? Ich könnte buddeln aus. Das muss der Ranger sein. Hallo? Nein, okay. Da soll es Gott mal buddeln. Und mir ist schon aufgefallen, dass hier überall blaue Pilze wachsen. Diesen Weg hier werden wir noch öfters gehen müssen. Ist ein paar Bier. Wetten. Es ist mir eine Freude, euch zu diensten sein zu können. Okay, äh, Rose. War das der von vorhin? Ich glaube, es war der von vorhin, ne? Aber im Dorf werden wir die restlichen Sachen bestimmt finden. Hat ja alles auch keine Eile tatsächlich. Oder kommt das noch ein Händler? Da kommt zwei. Okay, wenn ich mit, wenn ich in der Fahne hänge, wenn ich eine Fahne habe. Okay, ne, danke. Ach komm. Wir brauchen einen Belverine-Töter. Wie? Ja, ich bin ja unterwegs. Ich mach mir ja schon die Hände schmutzig. Belverine and his wife. She was so beautiful. Quest beginnt. Tötet die Belverine außerhalb der Tore von NotHardLate. Ah, ich liebe diese Stadt einfach. La 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 la. Ey, mein Freund. Ich hoffe, du hattest, äh, hast es dir schmecken lassen? Oh, Mann. Das kann ich nicht erstechen, leider. Oh, das ist schon. Also dieses Geräusch von dem Schild, da ist er überhaupt nicht irritierend oder nervig. Muss ich gestehen. Belverine and his wife. She was the beautiful. Äh, mein Freund. La 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 la. Oh. Ach, Mann. Das sind wir wegspingen müssen. Ride round, ride round, ride round. Ja, und einmal vorne, da bist du ja. Alter. Der merkt, dass er keine Chance gegen uns hat. Tü, 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 tü. So, ich werde mich gleich jetzt mal eine Runde, äh, eine Weile hier in dem Dorf umgucken. Ne, zur Vorwarnung, weil ich kenne es in der Remastered Version noch gar nicht. Alter, schon wieder. Äh, was greifen denn da plötzlich? Hm. So. Ich nehme an, es ist jetzt sicher genug, um euch hereinzulassen. Beeilt euch, da draußen könnten noch mehr sein. Äh. Okay. Verdammte Balverine. In all den Jahren als Anführer ist mir sowas nicht untergekommen. Wir hätten vielleicht eine Chance gehabt, aber diese Biester gehorchen einem weißen Balverine. Er stampft in unser Dorf und tötet, was er will. Jetzt höre ich was. Er scheint die Lagerhäuser anzugreifen am Fuß dieses Hügels. So, unsere Aufgabe ist es, den weißen Bastard loszuwerden. Okay, der kommt auch zu uns. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so lange draufklopfen müssen. Die Haut dieses Viehs ist zu stark, selbst für euch. Es gab einmal einen großen Jäger in Nothole Glade. Er starb im Kampf gegen den letzten weißen Balverine. Seine Frau lebt immer noch in einem dieser Häuser oben auf dem Hügel. Falls jemand weiß, wie man das verdammte Ding verletzen kann, dann sie. silber mein freund mit silber ach ja die feustkämpfe müssen wir auch noch machen tatsächlich oder gelacht wenn wir die nicht besiegen können da lang wir können uns erst hier umgucken wenn wir den weißen berlin gekillt haben und nein das gesang sind gesingen sein typ okay ich schaue mich weiter um wie können wir uns erst mal hier ich meine die würde in dem haus hier wohnen dass so dezent offen steht ja gemeint ich gucke später hier um ich will erst die quest beenden weil dann hören wir auch hier die dorfbewohner alles cooles wandgemälde dann auch die ganzen dorfbewohner und so hier ich glaube ich muss denen erstmal eine gewisse zeit attackieren bevor das verdammte ding hat nur auf euch gewartet woher wusste es bloß wohin wir wollten er war wieder hier stimmt's ich will ihm nicht wehtun aber dieses mal ist er zu weit gegangen wovon zum teufel redet ihr da von dem weißen belverin er ist mein ehemann jedenfalls war er das mal er wurde von dem belverin gebissen und hat sich langsam in die kreatur verwandelt die er so lange gejagt hatte eine zeit lang hatte er sich unter kontrolle aber jetzt ist alles was von meinem mann noch übrig blieb tot das ist das stadthorn er greift anscheinend wieder an mein mann benutzte silberwaffen um den letzten weißen belverin zu jagen bitte nehmt das er löst ihn silberverstärkung wir haben nur ein problem wir haben keine waffe dafür ja müssen wir gucken ob wir hinkriegen ob er den so gekillt kriegen weil wir haben echt gar keine waffe dafür tatsächlich wir haben ihn verjagt wir können ihn verletzen und töten man sagt er lebt am witchwoodsee bringt mir sein feld dann belohne ich euch okay normalerweise also rein logisch gesehen müssten die erst hätten eigentlich gar nicht eigentlich dürfen wir gar nicht schlagen können ich meine waffen die keine silberverstärkung haben oder keine silberwaffen sind müssten eigentlich an dem abprallen ich meine mich zum dunkel zu erinnern dass es damals so war dass wenn ich mit einer normalen stahlwaffe auf ihn drauf geprült habe dass er ständig abgeprallt hat ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht was die hier in dieser anniversary version verändert haben oder verbessert haben oder verschlimmbessert ich habe keine ahnung da habe ich jetzt nicht gedacht dass er jetzt hier steht wo man da kommt schaden da braucht man da da war ja was da 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 Mal sehen, ob wir es wo hinkriegen. Weißer Belvoirin Kopf, ja, danke. Oh, wie viele Belvoirine. Oh, einer noch. Das war jetzt Billo. Das war jetzt richtig Billo, muss ich gestehen. Klatsch, weg war er. Aber cool, 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 cool. Das ging ja doch relativ zügig tatsächlich. Damals hatte ich echt Probleme gehabt. Aber da fällt mir ein, ich glaube, ich werde wahrscheinlich einen oder zwei Folgen Titel dieses Projektes ändern müssen. Da ist er, der mutige Ranger. Ah, ja. Ah, ja. So muss ein Kampf. Also dieses Schutzschutz ist echt nice. Richtig, richtig nice. So, jetzt gehen wir wieder zügig wieder ins Dorf zurück. Erhalten unsere Belohnung und schauen uns dann ein bisschen um. Hier gibt es nämlich ein bisschen was zu entdecken. Ach, das ist ingame, dass wir flackern. Ich dachte schon, meine Lampe hier... Ist doof. Kaputt. Einen angenehmen Aufenthalt. Ah, ihr seid zurück und unverletzt. Wir haben das Geheul gehört und schon das Schlimmste befürchtet. Aber ihr habt die Bestie besiegt. Ein Held von eurem Format verdient die Ehre, in der Arena kämpfen zu dürfen. Eure Nominierung sollte bereits in der Gilde auf euch warten. Oh, apropos Gilde. Sie haben euch diesen Brief nachgesandt. Von eurer Schwester. Teresas Brief. Lieber Bruder, ich wusste immer, dass wir etwas besonderes sind und jetzt habe ich den Beweis. Dieses Buch spricht von einer Blutlinie aus den Tagen des alten Reichs und von ihrer Verbindung mit einem Schwert, das mächtig genug ist die Welt zu regieren. Zu dieser Blutlinie gehörte unsere Mutter, da bin ich sicher. Und zu dieser Blutlinie gehören damit auch du und ich. Vielleicht verstehst du das mit Hilfe deiner Augen besser als ich. Ich spreche zu den Seiten, aber sie antworten mir nicht. Theresa. Die Blutlinie. Lesen wir später. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten. Quest abgeschlossen. Immer wieder voller Grafikfehler, Alter. Das ist ein bisschen doof. Wow, Erfahrung haben wir nicht großartig was kassiert, aber egal. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja, und wir können sogar jetzt tatsächlich in der Arena kämpfen, aber das machen wir später. Erst einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch weiterhin ein bisschen Spaß. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fable Anniversary. Ja, vielen Dank und tschö mit Ö. Tralala. Erst mal ein Köpfchen kratzen hier. Hehehe. Ciao, ciao. Ciao.